jo meine lieben freunde herzlich willkommen zurück zu einer folge lucky block und zwar machen wir heute wie ihr seht ein lucky race mit dem basti und ich hatte auf meinem kanal jetzt noch nicht das vergnügen eine folge zu machen mit komplett diese neuen schade ja ich glaube auch naja und deswegen machen wir das heute mal neues update anscheinend sollen die krass sein okay ich würde sagen 3 2 1 und let's go ich krieg direkt einen brunnen und nein nein bitte nicht du hast nein nein ich glaube das zerfetzt alles alter ich habe vom entwickler habe ich noch mal eine version gekriegt da ist diese fette rausgepatcht wieder im brunnen bitte nicht ja stimmt auch wieder aber es könnte halt schade material rauskommen krass krass so von grace kann ich das gebrauchen und wops wie was das denn hier alles bloß keine explosionen kappa games oh nein nein was hast du jetzt hat mich nicht getroffen alles gut ja mich nur so halb mich nur so halb ja alles klar okay jetzt hat es mich auch nicht jetzt habe ich jetzt schon bekommen zu irgendetwas gemacht ja ich bin gestorben nach einer explosion scheiße ich bin schneller okay 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 ich krieg nur scheiße hier was los nein oh gott was ist passiert äh force field oder wie es hieß hä was macht das das macht ganz viele explosionen um dich rum die gehen nicht mehr weg so dauerhaft oh richtig schlimm dann war es gut dass ich nicht in der nähe war ja so einen großen radius hat es nicht okay ich muss schon sagen die shades sind irgendwie nicht so wirklich geeignet doch also bei mir passt alles dran vor allem bin ich auch mega schnell na okay da kam was gut bei raus leute wir gucken das gleiche an was da drin ist weil wir nutzen jetzt die gelegenheit rushen hier durch ja alle sechs hexe alter nein 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 du hast die nuke aktiviert oder ich glaube mach schnell leg 1 oder so ey 4 hast du es irgendwie gekriegt nein drex hexe mann oh gott ich glaube jetzt holy moly alter was zum teufel mann nein okay ich kann nichts machen okay ich hab hä ahhhh ey was geht mit der drex hexe alter mhm wieso die hat mich grad komisch irgendwie total komisch vergiftet alter wtf man was alles weg zum glück hab ich speed boots nice kann ich fast bridgen sowas auch nein natürlich nicht du musst die wechseln zack und zack alter max was ich kann fliegen was alter wie weit hinten bist du ich hab wtf mann ich muss hier dauernd hinten bauen ich krieg nur exklusion wow okay oh mein gott ey alter oh nein das chat pack hätte ich eh nicht gebraucht so jetzt hab ich keine blöcke mehr also ich weiß nicht max aber bei mir läufts ja bei mir nicht so hab ich eigentlich das eine was ich dachte was ich hab ne hab ich nicht ich will diese ähm milchflüssigkeit da mal haben dann kann ich dir nämlich alle effekte klauen oder so diesmal ich löse keine brunnen mehr aus scheißegal hell ist keine brunnen mehr aus okay aber ich OOF fucking star strike was ja ja bei mir kommen grad nen hauchen netter stars oh oh läuft ja das leckt grad n bisschen ski apple perfekt so moment nein 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 material wäre jetzt noch geil irgendwas op ist ja mal geil hier irgendwas op ist ja mal geil ja ja nicht sein ernst was ist das was was denn schade hart was macht es keine ahnung ich habe so viele möglichkeiten nicht einfach platz zu machen glaubt oh nein mal 4 schnell verdammt nochmal hat es jetzt geklappt ist nicht wieder durch was ist denn das ok 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 ich bin bei meiner lane und habe alles am start Ich bin nicht gestorben, deswegen. So. Oh, oh, ah, nee, brauchen wir eh nicht. Und... Oh, ist das, was ich... Hä? Hä? Hä, wo ist das hin? Ich dachte, ich hätte es eingesammelt. Oh, fuck, da ist Max. Und... Stopp, Max! Oh, Mann, ey. Den letzten hätte ich Schmerzen aufgelassen. Ey, ich habe nicht mit dir gerechnet, gell? Oh, Mann. Ich habe nur Scheiß bekommen, ne? Achtung, halte Leg 4 bereit, okay. Warte, warte, warte. Oh, nee, BM... Oh, was, Alter. Warte mal, das kann weg. Ähm... Was... 50... 85... 80... Brauchen wir mal irgendwie nicht alles hier. Uhhh... Uhhh... Alter, was habe ich hier für Stuff? Alles. Okay, 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 das kommt mal an. Das weg brauche ich nicht. 5... Fire is back, knock back... Alter! Ey, ich habe viel zu viel Stuff, ne? Dann liegt hier irgendwo eine Hose rum, oder habe ich eine Hose? Ja, okay, ich habe halt keine Hose. So... Die Frage ist jetzt... Was geht da ab? Hm, 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 hm... Mach mir jetzt eine Hose. So... Sag... Du hast keine Hose, was? So, dann... Slash DM... Ich kämpfe jetzt einfach mit den Sachen hier. So... Geh da hin... Ich muss jetzt das mit... Slash Spawn Point... Dann... Mein Schwert, mit dem ich kämpfen werde, ist... Das da... Oh shit... DM... Hast du irgendwas mit Shade? Ja... Was? Ähm, die Schuhe... Mann... Okay, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen was reinpfeifen. Alter... Ey... Ich weiß... Sigma Apple, was bringen die? Wow... Eigentlich nur Dreck. So... Bist du bereit? Warte kurz... Hey, warum fühlt sich das nicht auf? Wo ist Magic? Jetzt Wasser... Hey, warum fühlen die sich nicht auf, meine anderen Herzen? Ah, jetzt auf einmal geht's. Okay, jetzt bin ich ready, glaube ich. So, warte mal. Oh mein Gott, Alter, ich hab die Todeseffekte. Ey, ich auch, ich auch, ich auch. Okay, ich bin bereit. Okay, let's go. 3, 2, 1, go. Wir kriegen uns nicht tot, ne? Was hast du für ein Shade-Tile? Wir gar keinen. Ja, dann krieg ich deine Rüstung wenigstens down. Boah! Alter! Junge, Mann! Okay. Ich seh nur noch die... LOL! Was war das? Äh, so ne Death-Karte. So, Slash-Kill. Krass, Mann. Okay. Aber du hast... Alter, du hast voll viel von meiner Rüstung down gemacht. Ich hab keine Chess-Blade. Boah, Alter. Okay. Ähm... Ich bin... Butter. Ich bin ready. 3... Hä? Was? Moment. So, jetzt. 3... 2... 1... Goal. Ach, da kommt er. Oh, da wirft er was auf mich. 3... 2... 3... 3... Frag jetzt, was ist das, was er da will? Hier wird ein Griff. Au. Hä, was hat er... Was hat er... Hat er mir nix gemacht, irgendwie? Komisch. Boom! Alter! Was ist das genau? Alter! Wir machen uns wieder nix, ne? Ey, übel! Ja! Ah! Hehe! Uprise! Kommst nicht runter! Da und? Das ist gut. Alter! Du bist so bescheuert! Jawoll! Teil ist kaputt! Jo! Was passt, Alter? Ich weiß nicht, sie bringen das jetzt zu fackeln. Jo! Alter! Das ist nicht mehr schön, Mann. Übel! Die Effekte sind übel OP. Ah! I'm burning! Jajaja! Was? Stirb jetzt! Ja, irgendwie. Ich hab voll die Effekte, Mann. Achso, warte mal. Warte mal. Slash. Game. Game. Rule. Du. Fire. Tick. False. So, Feuer breitet sich jetzt nicht mehr aus. Alles. Jawoll! Jetzt seh ich dich nicht mehr! Alter, was hast du für Effekte, Mann. Ey, wo ist der? Ich seh dich nicht mehr. Ich häng hier im Baum fest und komm nicht runter. Wie kacke ist das denn, Alter? Ich seh dich nicht mehr. Wo bist du, Alter? Alter! No chance! Ey, kacke! Ich geh nicht, Mann! Du, du doch auch nicht! Ja, aber ich mach! Ey. Das gibt's nicht. Hä? Junge! Gott, Mann! Alter! Kannst du nicht mal sterben, bitte? Wir einfach! Stirn! Wann sind deine Effekte weg? Oh, lang jetzt deine? Alter! Was? Oh ja, jetzt ist das Ding weg! Nice! Was ist weg? Achso! Tschüss! Nein! Haha! Viel Spaß im Baum! Wo bist du? Im Baum! Stirn doch jetzt! Alter! Ich hätte mehr von diesen Todeskarten gebraucht, ne? Übel, ne? Auf jeden Fall hast du welche! Eine hab ich gehabt! Wann hattest du eine? Ich hab keine! Dann sind deine Todeseffekte weg! Hä? Dann sind die heftigen Effekte weg! Alles ne! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Guck mal, Alter! Zieh' die Schuhe aus! Nicht will dich töten! Ah ja! Boah! Niemals! Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Voll! Warum baust du das jetzt ab? Alter! Magst du das machen wir jetzt? Ja, ich weiß nicht! Entweder ist es unentschieden oder wir machen einfach nur was! Files nur mit ner Waffe! Ja, oder... Äh... Slashkill und... Äh... Jeder und ist bei Null! Oh! Hä? Ich hab Slashkill gemacht! Wir haben's doch jetzt gar nicht abgestimmt! Das war ne Option! So, okay! Dann 3... 2... 1... Go! Badam! Badam! Also jetzt ohne Buffs und so? Hä? Doch mit? So... Aber... Ja... Kann ja sein, dass du... irgendwie Sachen hast... Die... Die jetzt nicht mehr so krass sind wie vorhin... Was hast du? Yo! Was? Hast du dieselben Effekte wie vorhin? Ja! Die allerselben? Ja! Brauch ich auch! Okay! Dann müssen wir's halt so machen! Na Slashkill! Ja! Wenn du keinen Schaden kriegst und ich keinen Schaden... Müssen wir Kill machen! So! Ja! Also es ist nur verboten mit keinem Schaden kriegen! Oder beziehungsweise nicht sterben! Meine Rüstung darf ich anbehalten! Na ja! Meine Buffs sind Regeneration und Resistance und ich hab halt Revival! So! Okay! 3... 2... 1... Go! Ich hab keine OP-Effekte drin! Auch nicht! Wo bist du? Nehmt also ich bin One-Hit! Echt? Ich bin glaube ich One-Hit! Welche Dinger hast du da immer gehabt? Die Chi-Apples! Echt? Toll! Nice! Okay! Nummer 1! Also Nummer 2 meine ich! So! Und... Ja jetzt lass ich auch mal das Revival weg! Wobei... Ich hab halt die... Die Schuhe... Die... Lassen mich halt am Leben! Von daher ist es ja eigentlich egal oder? Ja... Also 3... 2... 1... Go! Go! Moon! Bring mir's zu Ende! Wie viel von den Rechen hast du noch? Genug! Vielleicht auch! Ich hab jetzt auch keinen der Shade-Apfel gegessen! Fuck! Nur einen normalen Abpfel! Wow! Shit! Nein! Hä wo bist du? Alter! Jo! Das ist doch lächerlich! Alter! Nur durch Shade-Boots, Alter! Nur wegen den Boots, Leute! Ohne Wiss! Das ist echt krass! Okay, Leute! Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da! Schaut bei Marx vorbei! Und tschüss! Tschüss! Schaut bei Marx! Schaut bei Marx! Mann, ich höre! Tschüss!